Herzogin Kate besuchte am 24. November eine Charity, die sich um Kinder in Not kümmert. Für ihren Auftritt wählte die Frau von William eine herbstliche Kombination in dunklen Tönen. So kombinierte sie ihren Pullover und den Midi-Rock mit einem stylischen Gürtel von Ralph Lauren. Dieser betonte die schmale Teile der Herzogin besonders und hob ihre schlanke Figur hervor. Dazu trug Kate kniehohe Stiefel von Gianvito Rossi. Sonst hielt sie sich mit ihrem Styling zurück und trug ihre Haare offen. Kate schien bei ihrem Termin viel Spaß gehabt zu haben und sich in ihrem Look rundum wohlzufühlen.